Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um eine Bildbearbeitung und um ein kleines Update von meinem AF Reset Toolkit Paket. Das werde ich euch jetzt gleich auch noch mal zeigen. Von daher würde ich sagen, geh mal runter auf dem Desktop und schauen uns das mal an. Ja, ich habe ja ein Bild vom lachenden Hans vorbereitet, der da gerade was futtert. Ja, wie ihr seht hier mein AF Preset Toolkit Paket. Es gibt jetzt hier ein paar neue Weißabgleiche, also drei warme, drei kalte. Des Weiteren, was ich neu hinzugefügt habe, ist, ist, ist. Und zwar hier bei Dynamik und Sättigung ist was hinzugekommen. Und als letzten Punkt haben wir hier noch ein AF Look, also ein komplettes Preset, was ihr direkt so drüber legen könnt. Das wäre dann halt so ein Herbst Look, sag ich mal. Den würde ich auch direkt nehmen. Ich brauche da jetzt nichts großartig machen, weil ISO und sowas haben wir ja nicht. Zumindest keine großen Sachen. Und so sehe das dann halt aus, wenn ich mein Preset Toolkit Paket dafür nutze. Also diesen Look. Ja, aber das wäre jetzt natürlich so einfach. Wir wollen das ja vernünftig bearbeiten. Wir gehen das jetzt hier auch komplett durch. Wir gehen mit Reset. Unterbelichtet haben wir nicht und überbelichtet haben wir auch nicht. Also von daher können wir das weglassen. Wir suchen uns jetzt hier halt mal ein sonniger Tag. Also ich würde sagen 6.000. Dann Objektivkorrekturen. Sonnenwert Auto machen wir mal. Dynamische Umsättigung nehmen wir hier erstmal wieder raus. Dann die Präsenz, um das noch mal ein bisschen schärfer zu machen. Und dann halt noch mal ein bisschen Kontrast mit rein. So, als nächstes würde ich die Highlights trotzdem noch mal ein bisschen absenken. Ich würde sagen 40. Die Tiefen, also die Shadows, nur um einen erhöhen. So, als nächstes Motiv aufhellen, würde ich machen. Und jetzt muss mal schauen, ob man den Hintergrund auffällen oder abdunkeln. Ich würde sogar sagen, wir dunkeln den ab. So, Sonne braucht man hier nicht unbedingt. Ich würde aber hier oben etwas abdunkeln und unten etwas abdunkeln. Dann würde ich meinen Gradationskörper Soft nutzen. Dann auch ein bisschen Sättigung über Color Grading reinmachen. Und hier Soft. Dann schauen wir jetzt nach der Belichtung. Da würde ich noch mal ein bisschen nach oben gehen. Dann Dunst entfernen. Kalibrierung machen wir Soft. Und dann die Sättigung, die würde ich sogar auf minus 20 stellen. Ja. Obwohl, ja, minus 10 reicht eigentlich auch. Das ist in Ordnung so. Ja, dann werden wir das noch mal ein bisschen gerade ausrichten, das Bild. So wäre das in Ordnung. Als nächstes würde ich das Ganze nach Radiant Photo schicken. Das dauert jetzt einen Moment. Oder auch zwei Momente. So, wie ihr seht hier, er macht den Hintergrund auch noch mal wieder ein bisschen heller. Und den lachenden Hans, hier auch gerade am Schnabel, fügt er noch mal ein bisschen hinzu. Ich würde die Tieften noch mal anpassen, damit das noch mal ein bisschen kontrastreicher wird. Und dann würde ich das so speichern. Als nächstes schicken wir das dann nach Photo AI oder AI. Warum der immer hier nach unten geht, das verstehe ich auch nicht. So, ich würde hier sogar noch mal ein bisschen Schärfe hinzufügen. Lassen wir mal schauen, was daraus macht. Ja, dann müssen wir auch noch mal ein bisschen das Rauschen entfernen. Und dann würde das für mich passen. Was mir aber gerade auch aufgefallen ist, also zwischen Butter und Schnabel, so dazwischen, da stimmt die Farbgebung nicht ganz. Das ist dann bei dem Maskieren nicht hundertprozentig ausgelotet worden. Auf sowas muss man natürlich immer achten, wenn man da mit bearbeitet, weil das macht alles nur unnötige Arbeit. Wenn wir jetzt hier mal so reinschauen. sieht man, dass hier dunkler ist und hier heller. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das könnten wir jetzt natürlich mit Photoshop noch nachjustieren. Wir werden da einfach das mal nach der aktuellen Photoshop Version schicken. Ich habe hier auch mittlerweile die aktuellste Version drauf, also von Apple. Version 14 läuft jetzt schon etwas besser. Vorher hatte ich immer so ein Problem gehabt. So, wie macht man das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir nehmen den Klonstempel. Und jetzt hier mal ein bisschen näher rangehen. Ein bisschen kleiner noch machen. Erdenilen Imagen können Sie das gleich absogenous Remakeiamo nicht geben. OK. Ihr seid wieder an das nightmare. Ihr seid ja bei ihnen. Ihr seid dentro. Oh, egal. Aus fianlich aus! Wach retourngang. Wie macht zeigt dir wieder dich? Wie nach unten bei mir in die Sachen? Aber Owen ist das BANO ist und auf. Wie macht herzlich tote芬 nicht erst ausporn? Das ist es immer Estados mega. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und dann fällt das auch nicht mehr auf. Fetten wir das, speichern wir das. Ja, und dann kommt zuletzt noch meine Vignette. Ein leichtes Rauschen hinzufügen und damit wäre das Bild fertig. So, zum Abschluss gehen wir erstmal nach oben. Zum Abschluss sei noch gesagt, dass die Leute, die mein Preset-Toolkit-Paket gekauft haben, können von jetzt an die neue Version in der Dropbox sich runterladen. Und gilt natürlich auch für den Gewinner von der Verlosung. Der kann sich natürlich auch das Toolkit-Paket runterladen, die neueste Version. Von alle anderen habt natürlich die Möglichkeit, das Toolkit-Paket zu erwerben. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020